Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Tut mir leid, das war ein Reflex. Was soll das denn jetzt? Hallo, du bist ein Einbrecher? Also, auch wenn du selber ein Opfer bist. Ich hefte dir wieder ins Haus und als Dank dafür bretst du mir einen über. Ich kann das doch gar nicht überprüfen und bestimmt, dass du wirklich ein Opfer bist. Was? Jetzt hör doch mal auf mich die ganze Zeit ein Opfer zu nennen. Okay, zieh mich aus. Bitte? Charlotte, meine Sachen sind nass. Ich krieg ne Lungenentzündung, okay? Das ist Folter. Jetzt zieh mich aus. Ich kann dich nicht einfach ausziehen. Ich weiß doch gar nicht, wer du bist. Ach so. Ja, gut, pass auf. Vergiss Degenhardt. Ich bin nicht Degenhardt. Ich heiße Dennis. Ja, schön dich kennenzulernen. Wirklich. Nett. Und jetzt zieh mich aus. Jetzt mach! Das geht nicht. Sag mal, was lernt ihr eigentlich? Wir haben Handschein? Mach dich mal locker, Jackie Chan, okay? Waffenstellstamm, bis ich wieder weg bin. Dennis! Bring deine Geschwister zur Schule. Das ist aber nicht unsere Schule. Wie, das ist nicht eure Schule? Das ist nicht unsere Schule. Sie sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sucht euch ne Klasse, die passt. Abschluss macht ihr sowieso nicht. Schönen guten Tag, Personenkontrolle. Ich hätte gern... Abstand und Eigensicherung beachten. Schalten wir das debile Gedudel ab! Ihr wollt, dass ich da einbreche? Der Alte bleibt bis morgen im Krankenhaus. Ist ja keiner da, ist ja quasi geschenkt. Vorschlag! Ich helf dir in deinen Porsche. Dann hilfst du mir mit den Zahlen, okay? Ja, also ich bin froh, dass Sie da sind als Pflege... Pflegekraft! Schwalte Palmenberg, die Enkelin. Und Sie sind? Degenhardt. Degenhardt. Degenhardt hart. Wir sind eingeschneit. Scheiße! Ihr müsst mich hier rausholen, verdammt. Das kostet 10 Euro. Ich bin bescheuert. Ich glaub, wir kommen hier nicht wirklich weiter. Ich leg auf. Fix. Du kannst dann überleben. Superham! Er hat noch Probleme beim Schlucken. Du kannst ihn dann unten im Bad waschen. Der riecht ein bisschen. Hm, ich glaub schon weg. Das war die Luft. Du atmest durch den Mund, das seh ich doch. Nee. Wo ist der Scheißsafe? Du gibst dir so viel Mühe. Danke. Okay, jetzt nehm ich aus. Bitte? Mach dich mal locker, Jackie Chan. Degenhardt? Degenhardt? Was für ein scheiß Name. Ja? 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 Was für ein nhưng... Du weißt! Hallo, Papa! Für sie mal locker. Es ist sehr ...